Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage... Wer interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Was ist so lustig? Du bist dumm, du redest zu viel. Das war's, der Eingang ist dich. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht reden. Aha. Psycho. Oh, jetzt muss ich wieder wegrennen. Ich hasse es. Wie will ich? Da, lieber kleiner, siehst du. Ich überlasse es dir nicht. Wie komme ich hier raus? Okay. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Kann ich da hinschwimmen? Nee. Hier ist nix. Klappt das? Mit nem Bootsschlüssel? Ach du Scheiße. Naja, hab ich nicht. Oder hab ich hier nem Bootsschlüssel drin? Nee. Gut, den muss ich dann wohl erstmal finden. Sei so gut und bring die Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. In die Hütte in der Mine. Na toll. Also wieder da rein. пер frequencyier, deinen Faustschlüssel. Lu тип. Entsignal. Okay. Oh, okay. Ah. 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 Ja, okay. Also, perfekt gebaut, würde ich mal sagen. Okay, wo geht's dir rein? Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Falsch! Der hat sich einfach geduckt. Okay, warte. Ne, das wollte ich doch gar nicht. Wo ist mein... Den wollte ich. Nein, ist ja dumm. Das nehme ich natürlich mit. Gibt gut Geld. Es hätte auch schief gehen können. Ich habe echt gar keine Munition mehr. Fuck. Fuck. Ah, ah, ah. Warte mal, hier will ich. Komm ich da nicht einfach dran? Ne, ich kann ja nicht mal aussteigen, okay. What the fuck? Was war das? Warum kann ich da nicht hin? Ich will zum Schatz. Dann halt nicht. Also wenn ich das Viech töten muss, ist es scheiße ohne Munition. Da sind wir uns alle einig, hoffe ich. Das ist ganz schlecht. Was ist das denn? Ekelhaft, was ist das denn? Was läuft dir für ein kranker Scheiß? Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? Ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Okay. Ach nee, der jetzt. Der hat einfach Beine am Rücken, oder was? Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Ja, Herr, zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ja, ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Ich klafft. Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Mutter. Warum? Warum? Da muss ich safe wegrennen. Okay. Was jetzt? Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Was haben wir hier am Haus? Reicht das schon? Komm ich da irgendwie rein? Wenn ich das Wasser ablasse, ist kein Strom. Wer hätte es gedacht? Okay, eine Windmühle in Gang setzen. Ach, der Händler. Diesmal labert er mich auch nicht voll, ne? So, ich hoffe, er hat Munition für mich. Er hat keine Munition. Wie kann das sein? Fisch brauche ich. Maximale Gesundheit steigt. Saftiges Geflügel. Okay. Mist. Aber wie kann das sein, dass der keine Munition mehr für mich hat? Was ist das denn für ein Erfolg? Öffnen Sie in einem einzigen Durchlauf alle Außenklotüren. Pff. Okay. Ja, das kann ich. Gut, das ist wahrscheinlich die Mühle, die ich aktualisieren muss. Aktualisieren wahrscheinlich. Reparieren. Von Windmühle 2 holen. Och nö, Digga. Das ist eigentlich so. Ja. Gut, auf die andere Windmühle. Echt jetzt? Aber vielleicht ist hier ja trotzdem noch was drin. Oder? Ja. Okay. 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 Ich höre doch schon, dass hier irgendwas komisches drinne schwimmt. Boah, Junge. Was ein Viech. Kacke, wo muss ich hin? Darüber, ne? Hä? Achso, da ist noch so ein Ding, was ich kaputt machen muss. Aber wie komme ich da hin? Oder Pistolero? Jo. Man muss nur wissen, wie es geht. Und so geht es auf jeden Fall nicht. Tja, okay. Was haben wir hier? Munition, die ich eben übersehen habe. Immerhin. Habe ich die genommen? Ja. Mieses Teil, Digga. Ja, da kommt er jetzt bestimmt hier hin, ne? Oder auch nicht. Verdammt. Ja. Ähm. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Oder pack einfach rein. Ja. 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 Ach scheiße, das gibt's doch gar nicht, da muss man schnell sein. Okay, aber ich hab's raus. So, ist der schon oben? So, dann kann ich schnell den und so ist hier irgendwas oder warum musste ich hier rüber? So, jetzt sag nicht warum sonst. Okay, ähm denken wir mal schlau nach. Erst blau, orange, dann gelb. Und dann rennen. Glück gehabt. Digga, ich brauch irgendwie irgendwas entspannteres. Speicherpunkt oder so. Wo ist er jetzt? Wo ist der? Okay. Jo, das wär jetzt natürlich bitter gewesen, ne? Okay. Boah. Wenn wir das Ding schieben, können wir da gleich immer hin rüber. Aber das hat mir hier nicht geholfen, ne? Was macht das denn jetzt für'n Unterschied, wenn ich das da hinschieb? Ah, das ist ein neues. Cool. War doch gar nicht so schwer. Ja. Ja. Ich hab halt keinen Bock, dass dieses Viech mich anspringt. Aber besser ist das Baby, was mich eben verfolgt hat, Alter. Fuck. Hä? Ach, ne Leiter, okay. Scheiße. Achso. Der Intelligente ist da. Schwierig. So, dann bin ich... immerhin gleich bei der Kurbel angekommen. Nice. Kann ich hier runterspringen irgendwie? Wieso kann man nicht hochklettern? Ich will doch gar nicht hochklettern. Hä? Ach, warte mal, warte mal. Ich hab's glaube ich. Oder auch nicht. Hä? Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gar keinen Bock, dass das gleich einbricht. Wir wissen alle, dass es jetzt einbrechen wird. Okay. Pfff. Krank. Nach falschen Dingen. Okay. Okay. so. Für Strom ist gesorgt. Jetzt machen wir schnell dieses Ding hoch. Den Staudamm. Was? Achso, hier muss weiß. weiß. Hm? Ah, okay. Ich verstehe. Blau. Ne, warte mal. Schwarz. Hier muss orange. Blau. Orange. Weiß. Pfff. Alter. Kennt ihr das, wenn ihr auf einmal wieder verwirrt seid? So. Rechts oben blau. Links oben orange. Und hier blau. Cool. Stirbt er jetzt? Einen Weg rausfinden. Wtf. Wtf. Nein. Oh, hier ist ein Schatz. Was? Was hab ich bekommen? Kann ich hier raus? Oh ne. Ich hasse es, wenn die mich verfolgen. Wtf. 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 Heftig. Okay. Ja gut, hier kann ich wahrscheinlich nicht lang, ne? Drüber klettern. Geht nicht. Oh ne, Liga. Oh man, ich wollte auf das Fall schießen. Kommt er? Oh man, ich wollte auf das Fall schießen. 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 aber es läuft mittlerweile weiß ich was ich bei dem machen muss es ist Kann ich Explosionsmunition herstellen noch? Na, leider nicht. Ähm, hm, hab ich... Boah. Ekelhaft. Kotzt du ihn anders an, Digga? Kotzt du ihn anders an, Digga? Kotzt du ihn anders an, Digga? Okay Boah, geschafft Easy Easy